an der stelle sag ich mal wieder mal ein herzliches willkommen zurück bei der sie gembrio mit dabei ist wieder mal unsere alterssack karnilein moin wie wir schon rausgekriegt haben unsere charaktere sind noch da von ihnen ja ich auch von meiner auch also wir laden gerade jetzt muss man noch warten wir auf dem server kommen wir werden es ja gleich sehen ja vielleicht mal diesen haus sein weil wir im gleichen haus ausgelockt hoffe ich auch hoffe ich auch jetzt ich meine aber ja oder war ein server crash keine ahnung was ich kann oh gott oh gott ist viel zu ich verdurste ich habe bin auch verdurstet konkret noch was trinken blut ist warum blutig keine ahnung du blutest aber ich muss das mal hier von oben runter aber mir ist essen und trinken voll komischerweise aber jetzt ist bei mir so hast du noch verbände ich hab noch ein paar ich kann dir welche geben hier sind noch meine helfe hast du ja ist das kaufen und das kann auf meinen verband wo sind die jetzt ich habe gerade eingepasst gott irgendwas gehört ich auch schritte so meine leben sie wieder oben gut warte kurz wir gucken mal ganz was man hier von links kommen sie also hinter dir hier oben ist ja hier hoch zu gehen ist ja übel verpackt warte mal kurz ich drehe mich mal ok das bin ich dreh du dich mal bleib mal stehen nur meine hören sich so laut an doch wenn du dich drehst hören sich auch laut an ok vielleicht schon das untereignen schritte würde mich nicht wundern warte ich weiß ein fenster war hinter uns ist nix ich kann geguckt ja so verspätet teilweise ja mein ja wo wir lang gehen ja ich muss zum wasser so langsam meine wasserflasche ist leer warte hast du noch was zum trinken und tatsächlich habe ich nichts mehr gerade vollgemacht von daher passt es getrunken habe ich gerade dann passt es mir kam von hier das weiß ich noch mir kam von da ok glaube ich mal ja aber ich habe grillen du auch ja wow und wo standet ja hat gespeichert die zwei bekloppten wieder in der sie nur noch eine waffe in die hand sieht sie bedrohlicher aus ja müsste ich dann mal ausrüsten wie ging das so so da muss ich jetzt mal ja scheiß habe es gesehen müssten jetzt mal money und so finden das wäre jetzt nicht schlecht wenn wir mal zu einer kleinen military base kommen oder so bessere waffen wäre gut so eine m4 dass wir am besten was wir unten eine stadt nah dürften ist das haben wir nicht von dem ich weiß es nicht mehr wo kamen wir her ich habe dich ja mehrmals gefragt mein herr ja und alleine will ich auch nicht bin dann schon wieder finden oder in der pumpe klar ich bin in der stadt und der stadt ja ich bin 30 kilometer woanders ich bin wieder ein elektro am kuriossten war es ja dass ich mein loot auf einmal weg hatte ne dass ich nichts mehr hatte ja da hast du ja einen server ja aber trotzdem dass wenn ich dann wieder auf unseren server gegangen als ich auch wieder auf unseren server gegangen bin habe ich gedacht dass die wenigstens das server abhängig machen müssen leider nein ist kein bisschen auto zum fahren ich gehe hier ins gegenüber ne ja bisschen mit gezuckter waffen laufen hier hier ist nix in meines haus 180er-Arounds nehmen wir mit. Muni nehmen wir immer mit. Von hier kamen wir, Alter. Ist wirklich so. Ich habe einen Kompass. Okay. Wenn du eine Schrotzen-Muni hast, dann kannst du mal Schrotzen-Muni mir geben. Oder verstehen wir, du brauchst selber welche? Ich habe ja keine Shotgun. Ich habe die Anemosen. Aber bei mir ist leider ein Zombie in der Nähe. Ja, warte mal. Ich will auch in der Stadt meine Waffe wechseln. Ja. Auf zur Schaufel. Warte mal, ich mache mir vor Verbänden mit. Wir müssen mal wieder Verbände haben hier. Bist du immer noch in dem grünen Haus? Ne, ich bin schon in der Scheune drin. An der Scheune. Okay, dann gehe ich in das nächste grüne Haus. Oder auch nicht, weil ich da nicht durchkomme. Muss ich ja erst einmal außen rumlatschen. Ah, da ist ein Eingang. Ich habe viel zu viel Müll. Ich habe Schuhe in meinem Inventar. Hä? Hä? So Gott, hier habe ich einen. Ah, hier ist eine Cola. Sehr schön. Ein Messer, eine Taschenlampe. Ich gucke mal, was ich wegschmeißen kann. Das kann weg. Warte mal, kann ich die Axt auf den Rücken machen? Na Gott. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ich habe gerade keine Waffe bei mir. Oh, ich habe Schrotz, Moni. Die grüne kann ich wegschmeißen. Die ist eigentlich nicht so wichtig gewesen. Die grüne, Moni? Die kann, ja. Die brauche ich ja nie. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was für einen Moni brauche ich denn. Warte mal kurz. 7, 6, 2, 54. Okay. Ich habe eine Waschmaschine gefunden. Nice. Da ist ein Zon. Oh, ich habe genügend Verbände noch. Ich gerade. Das ist so, ich habe keine Maschine. Also, Essen habe ich genügend noch. Trinken sieht bei mir genauso scheiß aus. Hannechen können weg. Brauchen wir auch nie eigentlich. Dann kann, ähm. Was brauchst du für Munition? Für Munition. Oder in ein Haus, wo ich von zwei in die Schweine... Ja, gleich. Ah, hier habe ich doch. Schon mal ein bisschen. Ich brauche nur noch ein Magazin. Das wäre jetzt genial. Und was für ein CR75-MG, ne? Ein Mac. Ich habe hier 300, äh, 380. Ich habe jetzt so ein Round-Magazin. Ich lege mal das ganze Zeichen hier auf den Boden. Na, ganz mal ein Klappchen. Äh, da ist welche Schöne meinst du die wahrscheinlich. Bei dem Haus, wo ich gerade war. Da ja genau. Ja, ich sehe es. Hier liegt ein bisschen Müll von mir. Kannst du bitte mal rumgucken. Hier drüben, wo ich gerade stehe, ist auch noch genügend. Hier ist auch noch die gleiche Munition. Dann habe ich hier Smallstone drin, immer im Inventar gehabt. Wifels. Wifels brauchen wir echt nicht. Hier drüben kannst du noch Schuhe mitnehmen, wenn du Bock hast. Die habe ich gesagt. Die sehen mir meine Schuhe aus. Äh, die sehen noch. Oh, die sind, äh, sehr gut sogar. So, was habe ich denn hier für Muni? Äh, 762, 39. Brauche ich nicht. Weg damit. Was haben wir hier? Auch 12 GR Rifle brauchen wir nicht. 9 x 19 mm. Die nehmen wir mal mit. Die sind gut für ein Dingens. Ein Rangefinder. Lassen wir auch mal drin. So, mein Gewehr ist mal vollgeladen mit 10 Schuss. Hier haben wir noch ein Magazin. Das kann auch weg. Für 380er. Ja, ich meine, wir lernen hier von unserem ganzen Müll, was wir haben. 380er brauchen wir nicht. Ach, das Holz brauche ich auch nicht. So. So, ich habe Hunger. Ist echt ein bisschen pitt. Stein brauche ich nicht. Stone Knife brauche ich auch nicht. Ich sehe dich. Hast du ernsthaft noch? Hast du gerade Holz aus dem Arsch geschoben? Ja. Wo hast du denn die ganze Zeit eigentlich hier drin gehabt? Ich habe doch Muni aufgenommen. Wo ist die denn hin? Ich hatte doch sieben... Hä? Das ist 3,9er. 3,9er will ich nicht. 380er will ich auch nicht. Ich habe doch da auch Muni aufgenommen. Ich lasse mich mal hier. Ich mache mal das Tor zu. Da weißt du wenigstens einer kommt. Ich gucke mal ganz mal weiter. Wo warst du? Du warst bei dem Grünhaus. Wo warst du schon mal da unten? Ah, hier ist sie. Auf der rechten Seite war ich... Warte. Ja, an dem Grünhaus war ich. In dem roten Haus dahinter war ich. Hier in dem Grünhaus. In dem schwarzen Haus. Nee, der schwarzen muss auch nicht. Äh, wo bist du hin? Ich bin runter zu dem schwarzen Haus gegangen. Und da? Nee, da unten war ich nicht. Hier ist eine Axt. Brauchst du eine Axt? Ich habe noch eine kleine dabei. Hier ist eine große, aber... In dem schwarzen Haus. Ah, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich gehe unten in das schwarze Haus. Du bist da oben, genau. Ich gehe hier runter in das. Das Sauberlekt heute ein kleines bisschen extrem wieder, ja? Ja, so ein bisschen. Ah, hier ist noch was zu trinken. Eine Limonade. Ein bisschen Limbo. Möchte daher. Aus seinen Arsch herausgezogen. So, ich gehe schon mal ins nächste, das grüne, direkt da drüber. So, mal gucken, was ist hier? Äh... Wo ist meine Axt jetzt hin? Äh... Meine Axt. Ist meine Axt ruin oder was? Oh, run... Nee, die ist noch... Gut. Hier ist ein Kochtopf. Ich mache wieder Verbände. Die Teile muss natürlich wieder mal auf, um mann genügend Brauch hat. Okay, hier sind Zombies. Ich bin schon mal oben an der Hauptstraße. Ach, es geht hoch zu. Ja, stimmt. In welchem grünen Haus warst du jetzt, das hinter meinem Haus war? Äh, ja, ja, genau oben zur Straße, das war ich. Jetzt hier, äh... Wo? Warte. Direkt hinüber deinem war ich. Das. Ach, da, okay. Ich gehe zur Polizeistation. Kommst du mit rein? Äh, ich will hier noch fertig im Kurs. Oh, da hinten ist die Polenstation. Ja. Achtung, kommt ein Zombie auf dich zu. Und die haben hier auch... Wow, ich hau jetzt mit einer Sprite, ernsthaft? Soll ich helfen, komm. Nein, äh... Sprite ist OP. Hier ist ein Brunnen, sehr schön. Das heißt, ich kann meine Flasche auffüllen. Für Akkani? So, ich fülle mal kurz meine Flasche auf. Mhm. Wo ist denn der Brunnen? Da kann ich auch klar was drauf finden. Äh... Direkt vor dem Haus, wo du reingegangen bist, glaube ich. Wenn du da reingegangen bist. Ach, da ist die Polizeistation. So. Nee, die ist hinter uns, die Polizeistation. Ja, ich hab's ja schon gesehen, da. So, ich gehe mal hier reingucken. Erst mal das Auto looten. Oh, ich gehe hier rein. Hm? Bitte Waffe, bitte nur. Ach, Rathel. Ach, nee, das stimmt, ist er hier. Ähm... Pass auf, äh... Auf der Straße sind drei Zombies, ne? Ja, ich bin in einem anderen Haus. Drinnen hier, im Ärztehaus. Hm, ich sag ja nur. Hm. Ich guck da nach, was ich hier gelootet hab. Oh, hier draußen ist auch was los. Ja, die Tür von dem Polizeirevier ist offen. Bist du reingegangen ins Polizeirevier? Nee, nee, äh... Ich bin auch woanders in der Gaststätte grad. Ja, ich muss mal die Waffe nehmen, weil die Tür offen war. Ja, die Hintertür ist auch offen. Ich mach mal zu. Ich hab nur grad ein kleines Problem, wenn ich das richtig sehe. Scheiße. Nöss. Bei meiner Tür sind, glaub ich, drei, vier Zombies. Ja, ich ring grad mit ner... Oh, oh. Mit ner Schrotze hier rum. Zwei Zombies auf jeden Fall direkt von meiner Tür, das seh ich. Ach, scheiß, dass die Türen so nah beieinander sind. Ah, hier ist komplett gelootet. Das komplette Bullenrevier ist leer. Ja, ist komplett leer, das Denk. Ich muss gucken, wie ich hier rauskomme. Ja. Ja, drei Stück verfolgen mich jetzt. Na, kommst du gleich in Richtung Polizeirevier. Ah, verfolgt mich nur noch einer. Den hab ich auch grad. Oh, ich glaub ich blute. Ja, dann geh ich schnell durch und der kommt gleich. Oh, Flaschenöffner. Äh, Dosenöffner gefunden. Sehr schön. Ja, ich blute, ich muss mich kurz verbinden. Muss man hier die Türen zu machen. Ich bin in dem Haus vor dem Polizeirevier, weißt du? Ja, da war ich. Ich bin in der Etage erstmal. Ja. Nur mich zu verbinden. Na, ich muss mich mal Proton beschlachten hier. Jo, hier war schon. Hast du einen schwarzen Zombie-Fons getötet? Äh, ja. Und einen Farmer. In einem schwarzen Haus? Ein? Nee, im Haus. Doch, in einem Haus hab ich eingetötet. Ja, bei der Gaststätte hab ich eingetötet. In einem schwarzen Haus? Weil, nee, das war nicht schwarz. Schwarz? Nee, das ist braun, wo ich drinne war. Ich bin in Schwarz und hier liegt ein Zombie tot. Das direkt unter der Kirche nehmen, äh, gegenüber vom Dingens, ne? Äh, warte, zeig dir mal. Ja. Ich bin, warte, hier oben. Was? Ja, ich hab dich gesehen. Kannst aber hier reinkommen. Jo. Das heißt, hier waren tatsächlich schon Leute. Ich hab da drüben die zwei Zombies getötet und der Zombie lag hier gerade. Geschlossene Tür. Hm. Weil das Polizeirevier war gelootet und hier ist nichts gelootet. In den Häusern. Dann sagen wir mal so, wir gehen hinter das Haus, schnell. Und wir gehen weg hier. Und los. Okay. Aber etwas muss ich nochmal nicht, ich muss nur in die Kirche gucken. Kirche haben meistens, äh, manchmal auch Waffen. Komischerweise. Ja, aber da tue ich nix looten. Weil es ist. Und, äh. Oh. Puh. Ich find dich gerade abknallen. Hat mich ja gewohnt gedacht, hä? Ich hab doch nur einmal die Tür aufgemacht. Was? Wo? Nee, nicht. Ach, da. Was wir noch einfügen müssen, ist, äh, Squadbildung und so ein Mist. Ja, dass ich nicht die Aussage sind, meine Schrotze gegen die Fresse schieße. Ja. Wir gehen nicht so weit weg, wir bleiben zusammen jetzt, okay? Ja. Du lootest hier, ich warte an der Tür. So. Gut. Geh rein. Brauchst gar nichts zu machen, hier ist nix. Nix ist raus. Ich hab noch mal was. Ja. Ja. Och. Mach ich kurz. Hier ist nix. Du lootest, ich komm nur rein und beobacht dich. Ja. Achtung, vombie kommt. Hier ist noch ne BK18. Nehmen wir mal mit. Waffen kann man immer gebrauchen. Achtung, vombie ist direkt vor der Tür jetzt. Ich guck grad mal, ob die ne, ähm. Ja, warte, ich will kurz gucken, ob die eine ne, äh, ein Magazin wenigstens drin hat. Ne, hat sie nicht. Komm rein. Oh Gott. Ähm. Hilfe. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Hab sie. Das war eng. Oh ja. Wie sie mich da festbacken. Ja, ich hab's gesehen. Gut, dass ich von der anderen Seite gekommen bin. Mhm. Ich muss mich schnell verbinden, Alter. Ich blute. Mach das. Ich steh draußen und gucke, dass jemand überraschenderweise kommt. Äh, rechts ist ein Zombie. Hier, ihr müsst, Viecher hier. Ich heiße mal Luchs, Alter. Kennet, Sardines. Okay, Sardinen. Also, Essen haben wir jetzt wirklich genug und trinken. Mhm. Du brauchst mal ne bessere Mütze. Oh, 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 oh. Ähm, wir gehen hier in den Schleichmodus. Wieso? Hier, nimm mal, nimm mal den Helm hier, nimm mal den Helm hier. Komm mal rein, nimm mal den Helm. Äh. Was ist denn das? Wo ist die? Da. Ah, Motorradhelm. Ja, komm. Dass wir uns entscheiden können. Du schwarz ist rot. Ah, jetzt. Komm rüber. Oh, tschüss Bandana. Ey, wie findest du denk ich mal die Schuhe? Rot. Oh, mein schönes Bandana. So, welche hab ich auch ein echt. Ah, da, ja, ich seh die Zombies. Direkt da sind welche. Ah, das ist ne Scheune nur. Ich hab gedacht, das ist hier. Ne, das ist nur ne. Das ist nur ne Scheune. Na, trotz, wir schleichen hier ein bisschen lang wie in den Zombies. Das will die Zombies nicht geil machen. Wir gehen da drüben. Äh, du siehst da gerade, wo ich... Äh, da drin ist ein Zombie. Tür zu. Ich schneide hier rein. Hier ist noch ne Waffe. Nicht rot. Wo bist du jetzt so? Direkt die Folie. Ich schau dich gleich weg. Hat da nix. Hier ist ne Schaufel. Noch eine. Was ist das? Kannst du das hier mitnehmen? Warte kurz. Look. Ich will kurz meine Mosin mal, äh, so das equipten wir mal. Ah, jetzt hab ich auch wenigstens ne Waffe erst mal. Was kann ich mitnehmen? Wo bist du denn? Da. Das da hinten. Kannst du das nehmen? Äh, Kartend. Kann ich in die Hand nehmen. Ich kann das gar nicht in die Hand nehmen. Joes Placement. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, mach mal. Das ist ein Zelt. Wir können unsere Basis aufbauen. Dann nimm mit. Wie viel Platz macht das Ding? 50. Moment, ich muss... Moment. Äh, hier die Waffe weg. Du musst jetzt Essen und Trinken einpacken. Ein bisschen. Okay, dann kommen wir ins Haus rein. Äh, ich hab's hier vorne schon... Warte, hier ist Reis. Warte mal, ich muss... Weg, was ich nie brauch. So, warte. Hass. 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 Ich kann das jetzt nicht mal mitnehmen. So. Also, ich muss noch eins wegschmeißen. Ich kann das immer noch nicht mitnehmen. Äh, wo ist das meine Axt? Die liegt hier vorne. Genau. Ja, hier. So. Ich kann das Essen nicht mitnehmen. Die liegt auch nichts mehr zu essen. Ich hab was in der Hand. Ja. Ach, hier guck. Aber ich muss gerade gucken, was ich wegschmeißen kann dafür. Ah ja, da, ich seh's. Äh, ich guck grad mal, ob ich's noch mitnehmen könnte, notfalls. Nicht. Ansonsten kannst du mir ein bisschen, äh, Muni geben, ähm, für dich rot... Äh. Ja, ich hab bloß 8 Schuss. Noch. Äh. Warte, mach ich erstmal einen Pilz schnell. Dann krieg ich vielleicht noch Platz. Hier, die Flashlight kann weg. Ah, die Stirn-Flashlight lass ich mal. Headtorch. Man weiß nie. Ja, ein, ein, das schnell und bereich eigentlich zu, ja. Hast du Batterie dafür? Äh, weiß ich grad nicht, glaub nicht. Okay, äh, hier haben wir Disinfektionsspray. Das lassen wir noch. So, meine Flashlight kann weg. Und hier die Flare kann auch... Ne, eine Rotflare lass ich vorsichtshalber mal. Ah, jetzt, jetzt hab ich's in mein Inventar. Ich hab noch ne 9V-Batterie. Äh, guck mal nach, ob die mit, äh, guck mal nach, ob es in den Dings reinpasst, in die Taschenlampe. Was ist das? Die nicht, warte mal. Guck mal, ob es in die passt. Alter, warum nicht einer tötet, alter. Schuss. Nein, das war kein Schuss. Warte mal, hier. Hör zu. Was ist das als Schuss? Nein. Ich hab nen Schuss gehört, richtig? Ich hab keinen Schuss gehört. Okay. Dann war ich genau an der Grenze wahrscheinlich. Guck mal weiter. Ja, warte kurz. Ich will grad gucken, wie ich diese blöde... Nee, sieht's will ich doch gar nicht. Das will ich auch nicht. Hä, wo ist denn jetzt meine... Ach, da. Das ist die, ne? Ja. Hast du es denn Zeit mitgenommen? Nee, ich guck gerade, wie ich das mache, dass die an Land da... Geht gleich weiter. Wir versuchen gerade ein bisschen, uns aussuchen, zu entmüllen und wie du das Zeit mitnehmen. Nee, das war's. Ich versteh das nicht. Warte mal, leuchtet die Lampe? Ich sag nix. Was für Lampe meinst du? Äh, meine Hand, warte. Na, guck mal. Ui, hui, hui. Ui. Die auf den Kopf meinst du? Nö, die leuchtet die. Hä? Was braucht ihr denn für ne Batterie? Wo steht denn das? Vielleicht ist es noch zu hell. Ui. Ui. Die Batterie hab ich jetzt auf... Anscheinend, äh, ausgerüstet. Oder wie? Na, vielleicht ist es zu hell dafür. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Du musst es wohl fast auch anschalten. Das ist Tomatenseed. Meine Batterie ist jetzt auch weg, komischerweise. War die leer? Oh, ist das leck. Keine Ahnung. Hm. Na ja, ich nehm die auf jeden Fall mit. Guck mal, wenn jemand die Tür aufmacht. Wumm. Genau, die Schraubze in die Fresse. Ja. So, komm mal. Ja. Das ist aber cool, dass man sich so komisch hinlegen kann hier. Ja. So, zum Beispiel. Oh, hier sind noch, äh, Racks. Nehmen wir mal mit. So. Ui. Ich krieche. Hahaha. Du kriegst mich nie. Nimm das Zeit mit jetzt. Hahaha. Komm jetzt. Ja. Hast du das Zelt jetzt so viel? Äh, was ist denn? Du siehst, was ist das für ein schwarzer Brocken? Was ist das hier? Ich sehe hier keinen schwarzen Brocken. Wie sah das Zelt von uns aus? Auch so einen schwarzen Brocken? So länglich. Aber ich hab's im Moment da. Ja. Okay, dann, äh, okay. Bei mir liegt noch eins da. Bei mir nicht. So, ab, hoch hier. Wo bist du? Hier. Guck mal. Guck mal, Schafe. Ja. Ne, Ziegen. Ne, ich war auch nicht die schwarze. Die weißen hauen ja ab. Alle anderen darfst du. Ziegenjagd. Okay, ich jage dich. Ich jage dich gleich. Hier war noch was. Hier war gerade was schwarbra. Da vorne ist noch. Ja, ich sehe es. Das ist eine Bank. Ne. Hier. Ah, eine Futterkrippe. Eine graue Ziege. Ne, eine graue Ziege. Mal abschießen. Warte mal, die hatte keine Angst gehabt. Wo sind die jetzt hin? Doch, die hatte Angst. Die ist weggerannt. Hat zwar einen Moment gedauert, bis ihr Gehirn gesagt hat, ähm, du, da ist was Böses, aber... Ich mach doch gar nichts, ich sollte nur Ziegen jagen. Das würde auch für keine Munition ausgeben. Warte mal, ich nehme mal kurz den Kompass in die Hand. Äh. Oh, wie ging das? Wie kam ich denn jetzt in die Ego-Perspektive? Mit dem, äh, zweimal, äh, rechts, hinten-Stick. So, da ist Norden in die Richtung. Wollen wir mal Richtung Norden? Ja, da laufen wir zum Nord-Wert, äh, Nord-West-Fiert. Norden, ja, so, durch die Militärbasis. Ja, jetzt so ein bisschen rechts. Oh, ich muss noch mal eine Waffe, äh, kurz... Niemals im öffentlichen Feld. Immer, als sie zum Busch kommen. Ich hab zu viel Vertrauen in die DayZ-Spieler, ich weiß. Naja. Und am meisten zum Zombie, ne? Der eine volle Schrotte hat. Wir sind nicht auf den Server drauf. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde sagen, so 20. Vermuten. Okay, mehr als 20. 40. Wie man da oben. Das gehen welche und kommen welche, Leute. Ja. Das sieht ja auch mal, dass ich nicht nur auf dem, äh, 1, ja, auf dem Lern-Server gehe, sondern auf volle gehe. Weil jetzt bin ich wenigstens mit jemandem zusammen, mit dem ich spielen kann und da geht's wenigstens besser. Ja, zum Ausrüsten, äh, wenn ihr euch wirklich ausrüsten wollt, empfehle ich euch kurz leeres Server, äh, aber sonst könnt ihr auch auf volle gehen. Ja, 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 jetzt geht's, jetzt kannst du nicht mehr als Server zwitschen. Hast du ja schon mitbekommen. Die Frage ist, äh, geht das wirklich, ist das jetzt, ähm, sag ich jetzt mal, äh, landesabhängig? Also, äh, Russland, Niederlande und so weiter. Oder, äh, ist das Servernummer abhängig? Ich denk mal serverbedingt jetzt, äh. Wenn wird's, dann ist mal Zeit. Aber weißt du, wie viele Leute Server-Hopping gemacht haben? Das war echt miserabel, äh, da kann ich mich an eine Ecke erinnern, ähm, ein Krankenhaus war das. Oben auf dem Dach, ne? Wir haben uns da, äh, verschanzt, weil wir beschossen wurden, haben zwei, drei Leute von denen weggenommen. Die haben sich ausgelockt auf dem Kran und sind dann direkt neben uns eingeloggt und haben uns erschossen hinter uns. Wow. Ja. Also haben sie Server-Hopping gemacht dann. Jupp. Boah, solche Lutsche, Alter. Und das find ich so schade, sowas. Hä? Wann war das? Äh, das ist schon ein bisschen her. Da kannten wir uns doch gar nicht. Wieso? Wir müssten noch irgendwie zwei Leute zusammenkriegen, weißt du, dann könnten wir so einen schönen Squad aufmachen, nur richtig. Vierer Squad. Ja, aber erst mal so einen Squad kriegen, das wär cool, dass wir uns als Squad spielen können. Dass wir uns nicht gegenseitig verletzen, beispielsweise bei Zombies oder beim Kampf. Ja, das ist immer so blöd, äh, wenn du drei Zombies auf dir hast, ich kann nix machen. Hm. Weil ich Schiss habe, dass ich dich umhaue dadurch. Nur weil ich einen Zombie, äh, umhauen will. Also einen Zombie-Zombie, nicht, äh, Zombie. Ja, wir wissen es. Na gut, es wird immer einen Zombie treffen, wenn ich, äh, auf einen Zombie haue. Oh. Ich heiße Zombie-Killer. Okay. Ja. Ja. Siehste? Dann mache ich doch den Namen alle Ehre. Zombie-Killer. Oh. So. Genug schlechte Wortwitze gemacht für heute. Oh, yeah. Du leckst bei mir ganz schön rum. Beim Laufen oder beim Reden? Du wirst immer so ein kurzes Stück zurückgesetzt und wieder ein Stück vorgesetzt. Ja, wir hören dich. Ja, weil ich immer größtenteils immer so komisch laufe hier, so seltsam. Deswegen. Wow, ich sage schon wieder kurz stehen geblieben und auf einmal bist du direkt vor mir. Hm. Ja, ich denke mal, dass da was ist ein bisschen... Oh, bei mir läuft alles flüssig, deswegen. Hm. Ich leck bei mir gar nie. Warte, lauf du mal vor mir? Jo, ist der Server. Also, mach dir nichts draus. Bist bei mir auch gerade so gewesen. Ja, ich guck noch mal, ob wir noch in die richtige Richtung laufen. Moment. Äh, nee, wir laufen jetzt Richtung, äh, Nord-Ost. Nee, Nord-West laufen. Doch, wir laufen Nord-West. Nicht ohne Seife waschen, sorry. Wir laufen genau richtig. Sag ich doch. Ein bisschen eine Spürnase habe ich noch. Eine kleine, in der sie. Naja, gut, äh, man kann es auch an der Sonne erkennen, ne? Welche Sonne? So schräg links hinten. Also von dir aus, ich gesehen, jetzt rechts. Ach, da oben. Genau. Ich bin in den Wolken. Ich mach so ab und zu mal so, welcher Windrauch, wenn du so hoch guckst. Ich hab eiskalten Atem. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Ich glaube, es wird auch langsam dunkel. Jupp. Dann darf man immer bei dir stehen. Hinter mir. Komm, 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 komm. Komm zu mir. Hinter mir. Ist da jemand? Ich hab was Weißes gesehen. Weil, näher von den Erbhütten sind Wölfe. Äh. Da hätten wir ein Wolfsgeheul gehört. Das steht fest. Ja, wenn sie alleine sind, da machen sie nix. Ich hab mitbekommen. Solange man in ihren Gebieten hier reinrennt, da geht's. Ist eigentlich schon ein bisschen blöd. In echt greifen die Wölfe ja auch nie ohne Grund die Menschen an. Nur wann sie in Gefahr sind, erstens das, oder wann sie hier, wann sie wirklich so nah an ihren Frischlingen sind. Ja. Erstens, wann sie, äh, auch wann sie Hunger haben, greifen sie keine Menschen an. Ne, weil die Menschen einfach ein so großes Beutetier sind. Ne, zu gefährlich. Die, äh, die Wölfe respektieren uns. Genauso wie die Bären, sagen ja auch, die Bären sind die gefährlichsten, die Christli Bären. Stimmt gar nie. Die Bären greifen nur an, erstens, wann du dir, äh, wann du so genau an ihren Wohnheim kommst, oder an die Frischlinge, oder? Du hast ihr Fressen geklaut. Lauf wir noch richtig? Ich guck grad, warte. Der Kompassmann. Wir laufen jetzt, äh, äh, West, Nordwest. Also muss man dann in die Richtung, oder was? Ja, so ein Stück in die Richtung, genau. Ja. Ganz kurz. Ich muss Kompflex essen. Ich muss mal schnell pinkeln. Ich steck mich mal hier kurz. Ja, geh mal richtig in den Busch rein. Ja, erst mal in den Busch finden. Ich tu mal grad, dass ich mal die Dose opfern. Ich muss essen. Ne, hier kann ich so nicht rein, warte. Hier könnte ich mich hinstellen. So ein bisschen gibt's mir von hinten Deckung. So. Ja, Deckung mit Essen. Jo, bis gleich beallig. Wo ist jetzt die öffne Dose? Ach, da unten. Oh. Das ist nervig, wenn man so viel in der Tasche schon hat. Ich muss noch schnell einen Schluck trinken, nachfüllen, dann können wir. Ach du Gegner, der schießt genau auf den Kopf. Meinst du den Typen vor mir? Ja. Gut. Der würde gern abdrücken. Ja, darf leider nie. Jetzt laufen wir Richtung Nordosten sogar. Ja, da lang. Hä? Ja. Ja. Nach da müssen wir. Genau, wo du jetzt lang gehst. Ja. Okay. Ich brauche heute mal eine neue Hose. Meine Hose ist seit Tag 1 schon an. Ja, ich habe mittlerweile eine neue. Ach, das heißt mittlerweile eine neue. Hier auch seit Tag 1 zwar, aber halt da gefunden. Ja, da hast du ja schon mal frisch an. Ich habe die meine Hose noch. Noch gar nicht gewächst, denke ich immer. Weiß ich gar nicht. Müsstest du mal deine Videos schauen und gucken. Ja, es sind so viele Folgen. Wir laufen jetzt straight Richtung Norden. Ein bisschen weiter nach links müssen wir. Okay, also so. So. Du kannst doch zwischen den Kompass wegnehmen. Gut. Wupp. Dahinten sind Häuser. Oder? Ja, das ist aber Nordwestern. Was heißt denn Remove Gag? Warum? Das steht bei meiner Waffe. RT gedrückt halten. Remove Back. Oder Gag. Ja, das hier. Guck. Das ist anvisieren. RT ist ja das hier, wenn du anvisierst. Ne, das ist bei mir LT. Wieso? Ich habe gerade mal RT gedrückt gehalten. Keine Ahnung, was passiert ist. RT ist schießen. Ja, normal, aber ich habe eher gehalten. So. Ich muss mal kurz langsam auch was essen. Ich bin schon im gelben Bereich. Hast du noch was zum Essen? Ja. Ich bin schon im gelben Bereich. Okay, Gott. Ich habe noch. Kein Loks hier. Oh. Nein, meine habe ich von uns drauf gefuttert. Ja, die werde ich jetzt auch auffuttern. Ja. Hat kaum was gebracht, aber das verbraucht ja auch Platz. Hm. Ich kann dir einen Pils anbieten. Ne, danke. Oder Thunfisch. Ich habe Sardinen gerade. Oder Thunfisch. Ach, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall auch eine Dose gerade aufgemacht. Thunfisch, ja. Jetzt ist jetzt was open. Ja. Ah, jetzt geht's. Ich gucke ein bisschen das Gebiet so rum, okay? Boah, ich habe manchmal Angst auf die Wälder. So, bin wieder am Start. Ich bin ein bisschen weiter vorne. Ah, da. Ich habe ein bisschen Schiss auf die Wälder. Links und rechts neben uns. Ich weiß, was du meinst. Ja, wie schön. So mit dem Bach, Vögelgeräusche. Ja. Wir müssen uns eine Überlegung an unser Zelt hinstellen, wo wir unsere Basis aufbauen. Ja. Das wäre so cool, wenn wir so ein Dietrich hätten. Nicht mal so ein Haus nehmen können. In der Nähe von einer Stadt, dass man merken kann. Ich glaube mal, der Typ, wo der online gekommen ist, hat sich ausgeregt, dass er kein Essen mehr hatte. Ja. Möglich wäre es. Ja. Aber du hast direkt vor uns, Jan, ja? Ja. Ich lebe da hin. Aber wir brauchen mal einen Dietrich. Äh, ich habe leider nur einen Dosenöffner. Dietrich habe ich noch nicht gefunden. Ich auch nicht. Also, ich könnte mir mal hier, wenn die Dinger zu sind, mal aufmachen. Vielleicht gibt es da richtig geilen Shit drin. Ja. Also, Akai, ich muss noch mit dir noch nicht später mal ganzes Mal reden, dann. Ach, das ist nur eine Scheune, wow. Oh. Oh. Arschloch. Arschloch. Nächste gehört mir, definitiv. Ja, riechst du auch. Tschüssi, Helm. Was schön mit dir. Ich habe zuerst gesehen, da will er mir meinen Hut geiern, Alter. So ein Spaß-Team. Hier ist keiner drin. Wieso habe ich nicht so ein Glück? Such die ganze Zeit schon so einen Scheiß-Hut. Ja, war nicht in einem Hub, ruf ich das. Ich hatte schon mal einen zweiten Hut gehabt, jetzt. Ich hatte mal einen Braun gehabt. Kommst du noch hinterher? Ja, ich bin direkt hinter dir auch gewesen. Was wir immer brauchen, so welche Armbänder, so welche Farben, dass wir uns erkennen ein bisschen. Äh, warte, ich hatte mal welche gemacht, aber, ich weiß nicht, ob ich sie noch habe. Oder du brauchst auch noch einen schwarzen Cowboy-Rot. Dann erkennen wir uns ein bisschen. Ne, habe ich leider nicht. Ah, Armbänder kann man schnell machen, das ist kein Problem, solche Bänder kriegen wir hin. Ich habe ja Messer dabei und so. Also das nächste Kleidungsstück, was wir sehen, in dem Haus da drinnen. Also wenn du es rot hast, das nimm. Außer Rot. Rot würde ich nicht haben. Ich hatte mal, das Lustigste, ich hatte mal so einen Bug gehabt, wo du dich verbinden tust, ne? Ja, hatte ich so viele Verbande in meinem Arm gehabt, dass ich das dann hier weiß hatte. An meinem Arm. So, warte mal kurz, wollen wir ins Haus gehen. Beim Fetten der Bus. Also wir müssen Richtung nach... Und wir sind gerade bei... Okay, da. Jetzt muss ich gerade gucken, wo das ist. Wie spät haben wir es, hm? Hey! Äh, kurz vor Sonnenuntergang. Ja, Uhrzeit? Sagt mein Kompass leider nicht. Ah, Mist, sonst müssen wir nicht bei einer Bus kommen. Ich habe noch keine Uhr gefunden. Ich auch noch nie. Hier ist ein Kleidungsstück, hier ist Munition, die nehme ich mal ganz mal mit. Warte, ich werde da jetzt mal was draus zaubern, äh, wenn ich mein Messer finde. Mein Messer ist weg. Macht nichts, dann nehme ich die Axt. Das geht mit der Axt nämlich genauso gut. Erstmal hier ausrüsten. Oh, hier sind noch Sardinen. Warte mal, hier waren gerade noch Sardinen. Jetzt gehen wir... Ähm, würdest du planen? Nee, hier sind keine Sardinen. Äh, wenn du fertig bist, dreh dich da mal um. Warte kurz. Nee, das sind nur Racks, die ich da rausgekriegt habe. Ähm... Da ist doch ein Trick hinter, warte. Nee, hier ist keine zweite Wand. Hier guck, ich kann selber noch drüber herlaufen. Guck. Das ist, dass es kein Trick ist. Ah, hier ist noch was, bitte mal. Kann ich das nicht? Kann ich nicht, schade. Ja. Vielleicht geht doch nie alles so. Ja. So, mir kam jetzt von unten, ne? Äh, ja. Nee, hier drüben. Hier ist die Bushalterstelle. Ach, hier ist die Gegengesetzte. Hier. Oh, jetzt ist der gar nichts. Das ist ein Baum davor. Warte. Äh, ja. Warte, der Bus kommt. 19 Uhr 25. Also, jeden Moment. Gut. Ja, nee, das ist noch zu früh. Das sind in ein paar, sechs Stunden, denke ich mal. Sicher? Die Sonne geht gerade unter. Ja, da kann es 18 Uhr sein. Es ist Winterzeit. Nee, ist 16. Nee, 14 Uhr. Nee, 16 Uhr ist Winterzeit. Verdammt! Ja, jetzt musst du schon wieder laufen. Das wäre so viel, wenn so ein Kunde wirklich mal so als Spaß machen würde, so, äh, da mit so einem Bus rumfährt und die ganzen, so, ja, Survivorps einsammelt. Und dann, äh, guten Tag, guten Abend, wo wollen Sie gerne hin? Ja, das muss aber dann ein deutscher Server sein, so, äh, weil niederländisch kann ich gar nie. Ich auch nicht. Und russisch auch nicht. Ja, das ist, das ist nix Problem. Also, ich möchte nach Neunoschkan, also Neunoschkan, ja, ne, ich möchte zum Nordwest, äh, Erdviel, bitte. Okay, das kostet eine Dose Essen. Auch kein Ding. Sowas wäre cool, wenn das so Kunde zu essen und drücken gerne haben will. Oh, ein Repair-Kit. Oh, ein Reifen. Ein Reifen. Meins. Ja, okay. Ich mach dir mal die Tür auf, bitteschön. Brumm, brumm, brumm. You move? Warte mal. Ich kann an deinen Rucksack? Remove Keg. Stand da. Was bedeutet das? Vielleicht, weil es ist ja einer, äh, von deinen Zuschauern. Achso. Achso, wenn man schaue, ich hab das Mikrofon an, so lass mal nicht quatschen. Ne, das ist das, wenn du hier, Handschellen, hast du Handschellen in deinem Inventar? Ne. Ja, das sind die Handschellen. Das bedeutet, das kannst du mich fest, dann hast du ein Ding, hast du ein Ding irgendwie noch vor mir? Lass dich mal hinter mir. Vor mir. Lauf. Ne, das ist ja, äh, wenn du ein Seil hast, kannst du die Leute fesseln irgendwie. Ah. Gut, aber ich hab wieder Seilen, noch Handschellen. Nein, ich kann, warte mal, ich kann, warte mal, ich kann, warte mal, bleib mal stehen. Weil ich kann bei dir an dem Rucksack nichts machen. Warte, nö, ich kann bei dir nichts machen. Ich kann bei dir null machen. So. Lauf überhaupt noch richtig? Ja. Der Pfadfinder? Tatsächlich, ja. Ne, es wäre Assi dein eigenes Team. Ich finde, dass Assi dein eigenes Team jetzt so fesseln oder so einen Scheiß zu machen, Alter. Es kann mal witzig sein. Ja, weil man Handschellen hat. Aber andauernd, nee, das ist wirklich dann, äh, ohne den es jub. Oder man muss sagen, Assi es denn abschießt, zu sagen, ich muss so, beim Cup, kann sowas genau so passieren, mal. Ja. Warum bist du schneller als ich? Keine Ahnung. Komm, rennen, rennen. Können wir mal eine Waffe in der Hand genommen. Daran kann es liegen, dass ich keine Waffe in der Hand habe, also nur den Kompass. Was ist denn das da vorne für eine Stadt? Wir gehen mal auf die Straße Richtung und gucken, was das für eine Stadt ist. Wir müssen wirklich mal gucken, wo wir uns aufbauen können. Ja. Und das muss man uns gut merken. Kannst du ein bisschen russisch zeichnen? War das okay? Das würde ich ja mitmachen. Dass wir uns die Straßennamen aufschreiben, die Stadtnamen aufschreiben. Ah, das ist das geringste Problem, die Stadt aufzuschreiben. Ja, aber wieder zu finden, ist die nächste Sache, ne? Nee, eigentlich nie, weil man auf der Straße läuft und so. Ja. Ja. Okay, warte mal, ich mache Waffe wieder in die Hand. Die kommen in die Stadt. Mhm. Oh, guck mal. Jetzt, komm mal her. Ist das ein Wegweiser hier hinten oder ein Grab? Ah, hier steht nichts drauf. Ähm. Ah, jetzt geht's wieder. Nee, hier steht gar nichts drauf. Ich hab mal gedacht, das ist ein Grab, Alter. Möglich wär's. Mal sagen, ich bin mal bei Elektronik. Beim Friedhof lang, da lag auf dem Grabstein was zum Essen. Ich bin weitergegangen, ich hab's stehen gelassen. Ja. Weil sowas finde ich assi, Alter, dass man sowas... Da vorne ist... Ist das ne Kirsche? So, ja. Weil ich finde sowas assi... Äh, äh... Du bei mir auch. Und wir wissen gleich warum. Der Server ist das... Ihr seht. Jo. Okay, dann sagen wir mal an der Stelle mal... Okay, der Server ist jetzt down. Sag ich mal so. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei DayZ Game Radio für die Xbox One. Mit dem verrückten Akkani dazu. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Fer où? Da. 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 Vielen Dank.